Ich lerne Deutsch. Nummer 9426 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In diesem Buch findest du viele Antworten auf deine Fragen. Ich recherchiere für meine Abschlussarbeit. Ich habe ein sehr interessantes und zukunftsträchtiges Thema bekommen. Ich bin gestürzt. Mein Fahrrad ist umgekippt. Ich bin gestürzt. Mein Fahrrad ist umgekippt. Freizeit kann uns helfen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Freizeit kann uns helfen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Elektriker müssen Schaltpläne und Diagramme lesen und verstehen können. Elektriker müssen Schaltpläne und Diagramme lesen und verstehen können. Elektriker müssen Schaltpläne und Diagramme lesen und verstehen können. Die Begeisterung für ein Ziel macht aus gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Individuen. Die Begeisterung für ein Ziel macht aus gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Individuen. Ich empfehle dir, dich auch impfen zu lassen. Ich empfehle dir, dich auch impfen zu lassen. Mach einfach einen Termin bei deinem Arzt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich empfehle dir, dich auch im Hintergrund zu abonnieren. Ich empfehle dir, dich auch in der Lage. Vielen Dank.